Lucky Blocks redeln! Oh, oh, nein, 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 nein! Ich muss hier weg, ich muss hier weg! Alles klar, okay! Mein Spiel stürzt gleich ab! Alter! Ich hab hier, das sind bestimmt locker 200 Lucky Blocks! Oh, oh Gott! Vor ein paar Tagen hab ich GTA in Teardown gespielt! Ja, boah! Mann, Alter! Da fährt so ein Auto direkt vor mich! Was soll denn das? Und am heutigen Tag spielen wir Minecraft! Allerdings haben wir heute Lucky Blocks in Teardown. Oder mit Moin, Leute. Willkommen zu einer kleinen Runde von Teardown. Ich bin hier gerade auf meiner kleinen Minecraft-Test-Map und habe nicht nur die tolle Spitzhacke, sondern... Ja, Mini-Paluten haben wir auch. Aber wo sind die? Jawohl, da ist einfach ein fricken Lucky Block. Ich würde sagen, wir werfen den einfach mal. Okay. Äh. Oh, Alter. Ich habe mich blitzig erschreckt. Ich dachte, der springt jetzt noch mal. Wie immer haben die Lucky Blocks verschiedene Effekte, die komplett random sind. Oh, soll ich mal einem Villager so einen Lucky Block geben? Wir gehen mal hier nach oben. Liebe Villager, hallo. Hi. Oh, eine Kuh. General Dieter. Guten Tag. Edgar. Hi. Willst du einen Lucky Block? Komm, wir geben Edgar einen Lucky Block. So. Hoffentlich ist es was Gutes. Ein Kuchen. Oh, damit haben wir Speed. Okay, so schnell sind wir nicht. Oder? Kommt mir das nur so vor. So, warte. Der Villager will auch einen. Hier, Mr. Villager. Wupp. Huh? Hehehe. Hehehe. Das war einfach Tod durch Amboss. Seht ihr das da unten? Oh, das wäre so cool gewesen. Warte, wir versuchen den Lucky Block auf seinen Kopf zu platzieren. Hier. Nee, warte. Wie geht das? Hier. Äh, nee, 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 das war schlecht. Was wird das? Ein... Als... Oh, ha, 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 ha. Jungs, so ein kleines Spielzeugauto. Warte mal, ich lege das hier. Würde das jetzt treffen? Oh Gott. Oh, ha, 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 ha. Ja, gut. Ähm, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wir haben den einen Typ ein bisschen weggesprengt. Aber hier ist ja noch sein Kollege. Hier, bitte sehr. Ha, 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 ha. Ähm, ja, das war wieder eine Bombe. General Dida. Hier. Oh, oh. Oh, oh, oh. War das gerade ein... Das war doch gerade ein Luftschlag. Oh, oh, die... Hier brennt ein bisschen was. Keine Sorge, ich hab Feuerlöscher. Keine Sorge, ich bin auch bei der freiwilligen Feuerwehr hier. So. Alles gelöscht. Wollen wir nochmal auf die große Minecraft-Map, wo die Villager auch lebendig sind. Lass es... Oh, warte, da ist Minecraft-Steve. Äh, und zwar sechs von ihm. Alter. Das war so eine krasse Druckwelle. Die hat hier alles weggefetzt. Ja, wunderbar. So, wir gehen mal ins Hauptmenü. Übrigens, falls ihr die Map selber spielen wollt, dann ist das hier die von Geoplex. Und die, in die wir reingehen, ist einfach Minecraft-Village. Wenn ihr Tier dann auf dem PC habt, genau, dann kann man hier einfach Default-Mode, geht man einfach rein. Perfekt. Und ich switch hier immer nochmal das Wetter. Weil hier, finde ich, das sieht nicht so cool aus. Sonnig ist halt wirklich eins zu eins Minecraft plus mit geisteskranker Grafik. Hä? Ne, warte, wir wollen Villager-Mode. Sorry. Ja, Living Villagers. Das ist nämlich viel cooler. Perfekt. So, ich habe ein paar Lucky-Blocks für euch. Bitte sehr. Ja, das war ein kleiner Airstrike. Warte, ich... Oh, als ob wir können so mega viele werfen. Oh, Alter. Alter. Ein schwarzes Loch. Oh, nein. Eins. Oh, Gott. Nochmal neue Lucky-Blocks kamen von oben runter. Oh, ein Kuchen. Earthquake. Oh, oh. Aber das Erdbeben... Ah, doch. Es rüttelt hier so leicht an den ganzen Häusern. Ah, da oben links sehen wir auch, wie lange das noch hält. Hier lebt noch ein Villager. Er hat allerdings... Doch, er hat noch beide Beinchen. Hier, nimm ein Lucky-Block. Sorry. Tut mir leid. Okay, alles klar. Paledo hat das... Lebt hier noch ein... Ja, hier ist noch einer. Ein Farmer. Fang, Brudi. Oh. Jedes Mal... Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Events es gibt. Aber gefühlt jedes Mal, wenn ich die neben dem Villager werfe, Junge, gibt es Explosion. Hallo, Mr. Villager. Hey. Na, lauf nicht weg. Hier. Jetzt bitte nicht explodieren. Oh. Der Amboss. Junge, es war so... Es war echt knapp. Hör auf, wegzulaufen. Hier. Nimm die Lucky-Blocks. Das war das schwarze Loch. Das hat ihn innerhalb von eigentlich einer Millisekunde einfach weggesaugt. Ach so, ja. Ich habe auch noch den Ironman-Anzug. Ups. Sorry. Aber wir sind ja hier nicht für die Mega-Gun. Oh, nochmal. Ich werfe nochmal einen Mini-Paluten. Übrigens, Mega-Mini-Paluten gibt es wieder auf paluten.shop. Vorbestellbar. Ich weiß gar nicht. Warte mal. Ich gucke mal kurz. Ende Januar soll er, glaube ich, ausgeliefert werden. Da kommen die nämlich wieder im Lager bei uns an. Ja, genau. Versand erfolgt ab Ende Januar. Ey, Villager. Tut mir leid, dass... Ich wollte dir noch dein verspätetes Weihnachtsgeschenk geben. Hier. Aber er ist nur umgefallen. Ihm geht's gut. Guck mal hier. Und noch was zum Nikolaus. Oder zu Ostern. Hier zu Ostern. Ah, nicht getroffen. Warte mal. Was passiert, wenn ich da reingehe? Gar nichts. Ich werde davon nicht angesaugt. Lebt hier noch ein Villager? Hallo. Ist hier noch einer am Leben? Oh, hier ist eine Kuh. Hallo. Ich hätte gerne einen Lucky Block. Du willst einen Lucky Block? Ja, natürlich. Hier. Hier. Das war aber ein Kopftreffer. Ai, ai, ai. Das bisschen eskaliert. Tut mir leid. Oh, das ist natürlich jetzt... Ja, das sind hier Schmetgarianer. Die wurden eingesperrt. Das ist ganz klar. Oh, guck mal. Das wusste ich gar nicht. Man kann das hier öffnen. Guck mal hier. Das ist ja geil gemacht. Generell ist die Map mega cool. Aber irgendwie brennt es hier teilweise. Hey. Moin, ihr Schmetgarianer. Ihr wurdet eingeladen zu Test. C-8-4-7. Test Lucky Blockos. Hier, bitte sehr. Oh. Warte, Test Nummer 2. Oh, 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 kurz weg. Das war aber mehr als eine Explosion. Neuer Tag. Neues Dorf. Oh, guck mal. Hier ist auch der Tempel. Oh, glaubt ihr, wir schaffen es mit den Lucky Blocks, den Tempel zu beklauen? Warte mal, warte mal. Dann müssen wir hier... Einmal das obere wegsprengen. Ja. Warte. Wir brauchen... Wir brauchen ein paar. Oh, ja. Na, komm. Oh, sehr gut. Oh, oh. Was war das denn? Was bist du denn? Oh, jetzt, jetzt. Ah. Als ob die Wolle... Oh, Gott. Oh. Alter, was ist das denn? Oh, 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 oh. Oh, ähm, Entschuldigung. Warte, ich mach das kurz. Ich baue das hier ab. Warte, ich spring das kurz auf. Sehr gut. So. Oh, oh. Da darf nichts auf die Druckplatte fallen. Warte mal, kann ein Mini-Paluten das nicht auslösen? Boop. Oh, oh, die eine Kiste verbrennt. Aua. Na, guck. Als ob. Man kann die Kisten sogar... Das hab ich ja noch nie gesehen. Ne, das Problem ist, wie kommen wir jetzt hier... Ach ja, ich bin Iron Man. Na, komm, Iron Man. Durch das Loch hier. Jawohl. Boots, Junge. Oh, hat nicht ganz funktioniert. Ich nehm wieder meine Luggy-Blocks. Luggy-Blocks kriegen. Als ob. Ich kann meinen Fall damit ein bisschen bremsen. Oh Gott. Das sind jetzt... Wie viel? 100 Lucky-Blocks? Oh Gott. Das wird... Oh, oh. Nein, 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 nein. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Alles klar. Okay. Mein Spiel stürzt gleich ab. Alter. Als ob mein PC nicht abstürzt. Ich hab hier... Das sind bestimmt locker 200 Lucky-Blocks. Oh, oh Gott. ...die ich hier werfe. Alter, ich bin instant wieder draufgegangen. Krass. Oh, 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 oh. Alter. Hilfe, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss an die... Ich muss an die Seite. Uff. Alter, was haben wir mit der Map gemacht? Oh Gott, was ist hier passiert? Das war mal ein kleiner... Warte mal. Einmal nach oben, bitte. Ja, ich würde sagen, also das Dorf... Das hat... Oh, warte mal. Aber hier oben ist noch ein Villager. Oh ja. Warte mal. Kann ich irgendwie runter? Oh ja. Warte. Warte. Den fetzen wir weg. Drei. Zwei. Eins. Alter, Junge. Es ist einfach geil. Jetzt mal... Oh. Upsi. Ich bin... Bin hier kurz in das Haus geflogen. Ey, Zerstörung bockt so übertrieben. Oh, hier ist ein Kuchen. Was haben wir? Rockets. Ah, nee, warte. Jetzt... Ah, wir haben wieder Speed. Oh, guck mal. Da sind wir selbst hier ein bisschen schneller. Leute, ich würde sagen, das war's mit einer kleinen Folge... Oh. Folge von Lucky Blocks in Minecraft, aber auch in Teardown. Wir haben ordentlich was weggesprengt. Waren auf den verschiedenen Minecraft Maps. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst super gerne ein Like da. Schaut wie gesagt gerne auf paluten.shop vorbei. Für Mini-Paluten und vieles mehr. Und euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.